Reisen und Urlaub kann zeitweise nicht nur schön, sondern auch verdammt stressig sein, wenn man zum Beispiel seine Zugverbindung verpasst oder wenn man nicht wirklich die perfekte Gegend in seiner Urlaubsregion findet oder nicht weiß, wie das Essen bei einem Restaurant schmeckt. Genau bei diesen Problemen und vielen weiteren können dir die Top-Reise-Apps aus diesem Video hier weiterhelfen. Die App vom ADAC hilft dabei, auch im Ausland ständig mobil bleiben zu können. Du kannst dir so überall auf der Welt Mietwagen besorgen und das auf sehr unkomplizierte Art und Weise. Als ADAC-Mitglied gibt es außerdem noch einige Rabattangebote. Travel and Surf Telefonieren im Ausland ist nach wie vor ein heikles Thema. Die App Travel and Surf ermöglicht es dir, Datentarife für den Auslandsaufenthalt zu buchen. Tages- und Wochenpässe mit unterschiedlichen Volumen sowie Euro-Tarif mit festem Preis pro Megabyte stehen zur Verfügung und können per Fingertipp aktiviert werden. Außerdem behält die App auch den aktuellen Verbrauch im Auge. Eine gute App, um unnötig hohe Kosten zu verhindern. QuickSit Diese App kann dich retten, sollte es im Ausland Probleme geben. Entweder du hast deinen Zug verpasst oder dich schlicht und einfach verlaufen und deinen Anschluss nicht mehr erreicht. Mit QuickSit bietet die Deutsche Bahn eine App an, die dir für genau solche Fälle Alternativrouten anbietet. Die Möglichkeiten sind groß, da die App dir alle Varianten, vom Mietwagen, übers Taxi bis hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln anzeigt. Damit sollte dann dem positiven Verlauf deines Urlaubs hoffentlich nichts mehr im Weg stehen. Skype Kennt jeder, hat fast jeder. Wenn nicht, dann solltest du dir, wenn du kostenlos im Ausland telefonieren möchtest oder auch Videochatten schnellstens Skype zu legen. Zoll und Reise Bei der Rückkehr in die Heimat gibt es oft genug böse Überraschungen am Zoll. Daher ist diese App besonders nützlich, solltest du vorhaben, dir im Urlaub einiges zuzulegen. Die App informiert dich genau darüber, wie viel du von der jeweiligen Ware mitführen darfst, ohne drauf zu zahlen. So wird dein Urlaub nichts im Albtraum bei der Heimreise. Suche mein Arzneimittel Diese App kann unschätzbar wertvoll sein, solltest du unbedingt ein Medikament benötigen, jedoch nur die deutsche Bezeichnung kennen. Suche mein Arzneimittel gibt dir schnell die richtige Bezeichnung deiner gesuchten Arznei im jeweiligen Land und kann somit tatsächlich sogar lebensrettend sein. Sicherreisen ist eine App, die vom Auswärtigen Amt zur Verfügung gestellt wird. In der App sind alle nötigen Sicherheitshinweise für einen reibungslosen Auslandsaufenthalt enthalten. Die App beinhaltet Tipps zur Reisevorbereitung und zum Handeln in Notfällen. Hinzu kommen die Adressen der jeweiligen deutschen Vertretungen im Ausland. Die Reise- und Sicherheitshinweise zum jeweiligen Land werden zudem ständig aktualisiert. Falls irgendetwas nicht läuft wie geplant, kann diese App wirklich Gold wert sein. City Maps To Go Mit der App City Maps To Go kannst du dir Karten von bis zu 7800 Ländern, Städten oder Regionen auf deinem Smartphone speichern. Damit wird es schwer sich irgendwo zu verlaufen. Die App ist allgemein sehr bekannt und beliebt. Google Maps führt dich sogar mit Sprachnavigation direkt ans Ziel. Bei iOS Geräten ist das Problem, dass Google Maps im Offline Modus nicht funktioniert. Daher solltest du fürs Ausland eine Datenflatrate besitzen, wenn du Google Maps nutzen möchtest. Kaum etwas ist so verhasst wie ein elendig langer Stau. Um diesen, beispielsweise zu Beginn einer Urlaubsperiode zu umgehen, gibt es die Staumobil App. Wenn du vorhast zu verreisen, kannst du mit der App die Verkehrssituation in der jeweiligen Umgebung nachprüfen und dir so deine eigene, schnellere Route zusammenstellen. Wenn du außerhalb der EU shoppen gehen willst, wird dir der Währungsrechner sehr nützlich vorkommen. Die App rechnet dir genau aus, wie viel Euro du eigentlich gerade für einen Artikel ausgibst und somit bist du überall auf der finanziell sicheren Seite. In fremden Städten die angesagtesten Orte oder auch Insider-Juwelen zu finden, ist ohne Bekannte vor Ort gar nicht so einfach. Foursquare hilft genau dabei. Die App mischt gekonnt Social Network und Geolocation Dienste und zeigt dir wo was geht in der fremden Stadt. Nützliche App um auch im fremden Land mobil zu bleiben. Der WiFi Finder zeigt dir an fremden Orten WLAN Hotspots an. Google Übersetzer Sehr nützlich im Urlaub kann auch die Google Übersetzer App sein. Mit dem Google Übersetzer kannst du auch im Offline Modus auf die Sprachwiedergabe zurückgreifen, was im Ausland sehr hilfreich sein kann. Dazu kommt unter anderem noch die Möglichkeit Texte auf Fotos übersetzen zu lassen. So lassen sich schnell Schilder, Hinweise und ähnliches übersetzen. Wenn du dich auch schon einmal geärgert hast, dass du direkt nach dem Volltanken an einer Tankstelle vorbeifährst, die wesentlich günstiger gewesen wäre, wird dir diese App gefallen. Die App zeigt dir auf Wunsch genau an, wo es deinen Sprit am günstigsten gibt. Mit der App Fieldtrip brauchst du keinen Tourguide mehr. Je nach Wunsch wird dir dein Smartphone als elektronischer Reiseführer interessante Locations oder auch kulturelle Schätze in einer fremden Stadt näher bringen. Diese Apps machen Reisen und deinen nächsten Urlaub mit Sicherheit entspannter. Welche ist deine Lieblings-App? Lass mich das gerne in den Kommentaren wissen und erfahre mehr auf Tutorialcenter.tv. Jetzt aber viel Spaß für deinen nächsten Urlaub. Urlaub. . . . . Untertitelung des ZDF, 2020